So, Herr Crowdfunding Operator, erzählen Sie mal kurz, also Sie sind die CEO von der Crowdfunding hier, gell? Wir brauchen eine gute Zeit. Jawohl! Crowdfunding ist mehr im Studium. Das Kraut ist fix, gell? Das Kraut wird hier angebaut, direkt im Studio. Hier sieht man die Krautplantage. Und der Herr CEO, der raut das Kraut. Und da unten haben wir die Fatma, gell? Fatma, servus. Gell, Fatma? Du bist hier angestellt, gell? Auf 2,50€-Stundenlohn, Fatma, gell? Ja. Ja, aber ich will lachen. Da geht alles, also das ist natürlich alles AMS-konform, gell? Mindestlohn etc. Du bist angestellt, wir zahlen dir deine Urlaube, Weihnachtsgeld, alles. Drittes, vierzehntes Gehalt, verstehst? Fatma, ha? Geht gut, ha? Fatma, ha? Ja, und da sind wir eben. So funktioniert Siebdruck. Ich soll was erzählen. Ja, okay, also die Farbe wird da jetzt angestrichen, schaut aus wie Totter-Eigelb ein bisschen. Ja, stimmt. Ja, und das muss quasi das ganze bedecken, das ganze Logo, dass man das nicht mehr sieht, das muss unter der Farbe richtig... So, aber ziehst du mal ab. Einfach hochziehen? Hier an der Seite hinten und nach rechts abziehen. Ah, genau so. Abziehen heißt so. Aber ist trotzdem schön geworden. Trotzdem. Goldig. Goldig. Und so sehen die fertigen Tourenbeutel aus. Alter, sag ich einmal. Auch in Pink. Und hier in Grün. Und Pink, das schaut auch nicht schlecht aus. Das ganze gibt es käuflich zu erwerben. Auf Facebook oder auf www.willachen.at Auf Facebook.willachen.at Und jetzt wird die Farbe neu gemischt fürs nächste. Und da sieht man eben die ganze Produktion von der CEO, gell? Und hier also Willachen und hier kommt die Paketshop. Und morgen gehe ich zur Post. Ja! Bis zum nächsten Mal.